Hallihallo! Deal Nummer 3, ihr lieben Rambatsamer-Deal-Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben einen weiteren Deal am Start, diesmal für Kinder sozusagen. Einschulung steht vor der Tür, Urlaubszeit, man will vielleicht was mitnehmen, man will dem einen oder anderen was mitbringen, einfach was verschenken, die Kinder ein bisschen beschäftigen, was auch immer. Wir haben einen Kinder-Deal, wir haben gesagt, wir packen mal querbeet rein, so ein Überraschungskinder-Deal sozusagen. Wir nehmen eine Kiste und packen mal querbeet rein, das ist ein bisschen eine kleine Kiste, aber fast ist egal, wir kriegen ja eine größere. Also, wir nehmen eine Kiste, dann packen wir mal rein, ein Kuscheltierchen aus der Montant Buster-Serie, die machen alle irgendwelche Geräusche, haben irgendwie draußen von Hasbro vom Hersteller 20 Euro gekostet, gibt es irgendwo jetzt online für 10 Euro zu kaufen, da packen wir einen rein. Es gibt hier verschiedene, siehst du, guck mal, der sieht ein bisschen aus wie ein Popo, oder? Popo mit 10. Gibt es drei verschiedene oder vier verschiedene, da packen wir schon mal einen mit rein. Dann packen wir von Star Wars so eine Badenudel mit rein, kostet irgendwie 5 Euro draußen, die haben wir mal aufgepustet, wenn du im Pool bist, wenn du irgendwie, so eine Badenudel kannst du auch machen, kannst du tun, kannst du auch mit kämpfen. Ja, das sag ich auch gleich, pass mal auf, dann machen wir mal folgendes, wir schenken euch gleich eine zweite dazu, oder? Weil zwei Kinder kämpfen, mit den Eltern kämpfen, keine Ahnung, weil wir ja ein bisschen Spaß haben und so eine Badenudel von Star Wars, ich glaube, da kann man ja mal zwei gebrauchen, oder? Hast du schon mal 10 Euro, haben wir schon gesagt, was man nimmt, 20 Euro für den ganzen Deal, ja? Du kriegst also Ware, 60, 70, 80 Euro für 20. Also, Star Wars packen wir schon zweimal rein, okay, dann hast du zweimal Badenudel Star Wars, okay? So, weg damit, dann aus der Trolljäger-Serie, von Togo, kennst du Simba, Marken, gibt es viele verschiedene, immer drei solche Figuren sind da drauf, kostet draußen irgendwie 10 Euro, packen wir auch mit rein. Dann packen wir Bausteinchen mit rein, es sind kompatibel mit diesen bekannten Bausteinchen, gibt es verschiedene, kostet irgendwie 2 Euro oder so. Dann machen wir Lollis dazu, oder? Schön Lollis für die Kinder, Lollis, 300 Gramm, große Packung, guck mal hier, wir machen mal auf. Schau mal, schön Lollis dabei, packen die mal raus, guck mal. 300 Gramm Lollis sind ein paar, ne? Das sind auch schon ganz schön groß. Das sind große Lollis, ne? Das sind große, dass man auch mal sieht, guck mal, Verhältnis, das sind wirklich große Lollis, ja? 20 Stück oder 15 Stück, ich weiß nicht, wie viele da drin sind, gibt es mit und ohne Kaugumien damit, verschiedene Sorten. Wir packen immer einen Beutel mit dazu, MAD ist auch immer lange hier, 23, also lange, lange hin. Ein Beutel nochmal, wir sind immer noch bei 20 Euro. Ein ferngesteuertes Auto mit Fernbedienung, Ladestation, mit allem drum und dran. In dem Fall ist es so ein Mini Cooper mit Beleuchtung mit allem drum und dran. Gibt es auch dazu. Kostet draußen irgendwie 10 Euro, wenn du billig, kriegst 5. Immer noch, 20 Euro. Einen Schachcomputer. Und zwar nicht irgendeinen, sondern da können auch Anfänger wunderbar Schach mit lernen, ja? Das ist nämlich ein Schach-Lerncomputer, ja? Man kann einmal mit den normalen Schachfiguren ganz normalen Schach spielen, wenn jemand hasst, der schon Schach spielen kann. Man kann aber auch digital gegen den Computer spielen, wenn einem langweilig ist. Oder man kann hier mit dem Computer auf dem Tablet zusammenspielen. Zum Lernen halt, ne? Und auch lernen. Der sagt nämlich allen dann, jetzt mach mal diesen Zug, dann mach mal diesen Zug. Also richtig gut, ne? Richtig hochwertig, vor allem hier mal ein bisschen für die Birne. Nicht nur hier Baller, Baller, Spielchen, ja? Auch schön, aber, ja. So, schönen Schachcomputer. Kostet irgendwie 10 Euro draußen, ja? Den packen wir auch mit dazu. Du bist immer noch bei 20 Euro für alles zusammen. Und für die Mädchen packen wir hier noch so ein schönes Luna-Set dazu für an die Schuhe. Da kann man so ein bisschen verschönern, ne? An die normalen Schuhe und so weiter und so fort. Da kann man bei den Schnürsendeln hier recht links auf Flügelchen dran machen. Das ist ziemlich cool, ne? Hat meine Tochter in der Schule auch. Und im Moment laufen sie alle mit rum. Ja? Kostet irgendwie 3 oder 4 Euro. Gibt's auch noch dabei. Und Kinder verletzen sich auch mal für die Haushaltsapotheke unterwegs. Gibt's einen Viererpackpflaster. Gibt's verschiedene. Guck mal, Prinzessin, Rennwagen, Monster und so weiter. Pack mal ein Viererpackpflaster mit dabei. Damit, wenn was schief geht, Brustpflaster sozusagen. Okay? Also, ihr habt einen Wert. 70, 70, 80 Euro. Ich weiß nicht. Genau. 20 Euro. Alles inklusive. Ich hoffe, wir kriegen das alles hier rein. Wir machen das schon irgendwie oder eine größere Kiste. Oben und hinten vorne klicken. 100 Deals. Kinderüberraschungsdeal. Bis dann. Tschö. Tschö.